Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ähm, diesmal wieder eine normale MSP-Wild. Und... Ähm, ja. Ähm... So, YouTube an. Und... Ähm, ich hab eine Verlosung. Ja. Ähm, ich hab keine Ahnung, warum hat die Zahlen da... Ja. Also, man könnte sich das schon denken. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, ne? Ja. Ähm... Ja. 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 Ich weiß nicht, was ich machen soll. Warum sag ich so oft... Ja. 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 Ist das eigentlich süße Maus? Hi, bitte spät. Äh, G. Okay. Ja, wie ihr seht, ich bin wieder VIP und ich hab mein ganzes Geld ausgegeben. Wie man schon im letzten Video... ...gesehen hat. Dass ich all mein Geld ausgegeben habe. Hm. Hm. Ähm... Was wollte ich nur ein? Und ich wär in Jiri auch. Hm. 20 Tage VIP-Mitschaft. Sehr nett. Warum hab ich mir nicht später das Silberpaket geholt, dann hätt ich diese geilen Schuhe... Jetzt habe ich zweimal diese Scheißschuhe vom Weihnachtsding da. Die sind echt hässlich. Könnte ich eigentlich auch von unten. Nein. Ganz ehrlich, das nervt. Wenn man die IP hat, wird man immer angeschrieben. Kannst du mir was schämen. Die hat mich auch die ganze Zeit angeschrieben. Dass sie ein Dings will. Dass sie ein Spezi will. Und das hat mich voll aufgeregt. Ähm, was wollte ich denn in diesem Part machen? Ja, ich wollte Kritik an einer Haarfrisur. Die komplett hässlich finden. Warte, gleich kommt. Geht das schlimm? Gleich, gleich, gleich. Gleich. Komm schon. Äh, ne, alles nicht. Hm. Da, was ist das? Was? Was ist das? Nee, ist so hässlich, dass ich mir die kaufen will. Hm. Nee. Lass mal. Weißt ja nicht, dass so viele bei meiner Verlosung damit machen. Oh, das war auch so schnell. Sonst musste ich immer alle irgendwie zu animieren. Hey, was ist das denn? Was ist das denn? Ähm, ich darf keine Freunde mehr haben und keine FA mehr stellen, weil ich Level 11 bin und man maximal nur 172 Freunde haben darf. Wie dumm ist das denn? Ähm, wie viele Freunde darf ich denn überhaupt haben? Ähm, da wird bitte... Äh, nieder. 300 eigentlich, aber... ...wär viel. Hm. Ja, der tollen Film, ja. So. Ähm, komm hier, komm hier. Vier? Nummer acht, zehn, sechs, sechs, oder zehn. Nummer sieben, äh, ne, 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 ne. Nummer vier, Nummer vier, Nummer sechs. Ja, ach so, ja. Neun. Und bei den Looks? Ups. Ähm, bei den Looks sind nur drei. Ja, sie hat auf jeden Fall alles gemacht. Das verstehe ich nicht. Was ist das denn? Karotte? Ich will nicht auf dieses Video gehen, sondern, Freundin, hä? Okay. Warte, warte. Spür mal ein MSP. Äh, da sind doch noch drei. Nein. Ähm. Ja. 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 Das nervt, warum hab ich nicht da hingeschrieben, kein Peach hat. Ja. 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 3. Nummer 6 oder 8. 3. Nummer 6. Schmicki. Schmicki möchte die Nummer 2. Die Samschein auch. Nein, was habe ich da? Äh, Kunst. Und Mädchen möchte die Nummer 8. Ich würde den Namen nicht weiter aufschreiben. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Möchte 8, 6 oder 10. 8, 6 oder 10. Wahrscheinlich die 10. Nummer 7 wäre mir da lieb. Möchte ich die Nummer 7. So, es gibt schon... Warte, warte, warte. Ähm. Also, okay. Die liegt auf jeden Fall. Die Nummer... 7. Das ist die Nummer 7. Kippeck. Das, die Hose. Okay. Ich weiß, dass jemand da hinten ist. Ich weiß es. Aber genau weiß ich nicht. Da... Da. So. Da. Nein, das war die Nichtig. Ja. Worauf war ich das hier? Ja. Das ist weg. So, was ist denn? Nummer 4 wäre echt lieb. Nummer 4 ist die... Okay. Nein, Nummer 8.